Der Schwerpunkt ist, dass Kinder Vertrauen haben können in Jesus, in die Mitmenschen und in sich selber. Und dass so das Boot auch für ihre Lebensgeschichte steht, die mal durch schöne Zeiten führt, durch ruhige See und mal aber auch durch stürmische Zeiten, durch stürmische See. Und dass die Kinder aber wissen, letztlich geht alles gut aus. Als besonderes Zeichen dafür, für diese Nähe Gottes in Jesus Christus steht die Eucharistie, das gemeinsame Mal, die Kommunion, am Tag der Erstkommunion und darüber hinaus. Und natürlich ist das Bild auch in dem Zusammenhang zu sehen.